Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play Digi's Adventure. Beim letzten Mal haben wir das sechste Level in Ägypten gemacht, so dass wir jetzt mit dem siebten Level das neue Haus der Toten weitermachen. Dort gilt es 97 Felder zu reinigen. Dann schauen wir mal ob unsere Energie dafür ausreicht. Ansonsten machen wir wieder ein Video mit Unterbrechung. So, jetzt gucken wir mal nicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben von wegen Wanddurchbruch. Alles gut. Da haben wir jetzt die Tür geöffnet, wir gehen aber erst nach rechts. Da sehen wir auch schon, dass ein Wanddurchbruch möglich ist. So, weiter geht's. 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 So, das sind noch keine schwierigen Laserbewegungen. Alles noch sehr einfach am Anfang von diesem Spiel. So. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder nach rechts. So. 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 Dann geht's weiter hier oben. Dann geht's weiter hier oben. Da ist ein Tor vor. Da brauchen wir einen Schlüssel. Das ist auch ein Tor mit Schlüssel. Da ist die Platte. Das heißt, wir müssen hier rechts anfangen. So. Dann gehen wir den noch schon mal so rum. Den so, den so. So. Dann gehen wir jetzt auf der anderen Seite weiter. Da, da, da. So, ich muss durch den Kristall durch, also muss ich da auch so rum gehen. So. Damit ist das 7. Level auch quasi fertig. Jetzt noch hier durch die Tür. Und zackig. So. Damit wird mal dieses Level abgeschlossen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos mit mir, dem Retro Gamer, verpassen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.